Das Elfenwald-Kapitel wurde zu einem Ende gebracht. Wir wollen jetzt auf dem schnellsten Wege raus hier. Wir haben uns verabschiedet, wir haben zusammen gedanzt, alles gut. Und jetzt geht's weiter, ab nach Osten. Hopp los! Was könnte das bloß bedeuten für uns und unsere Crew? So, jetzt hab ich eine Frage für dich. Oh ja? Also dann, an wie vielen Tomaten sind wir bisher vorbeigegangen? Was? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich hoffe, das war die einzige Frage. Mag, mag, Tomat, mag, weil mag, Tomat, mag, mag. Oh nein, da falle ich glatt vom Pferd. Ja, jetzt haben wir so ein Übergangs-Levelchen, das wird ganz entspannt. Ich glaube, hier gibt's nicht mehr Abzweigungen, das würde nicht dazu passen. Man soll sich nur einfach schon mal entfernen. Nee, aber ich hab auch, ganz ehrlich, schon die ganze Zeit, wenn ich immer an Mitopia denke, dann muss ich immer zuerst an diesen Elfenwald denken und dann tanzt da drei Elfen. Weil so ganz auf dem Präsentierteller ist immer der König von Anfangs und so weiter. Aber ich muss immer daran denken, an etwas, äh, etwas mehr Spielfortschritt hier mit der Elfenwald-Geschichte. Diese wunderschönen Wassertropfen, daran kann ich mich einfach nicht satt sehen. Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt einer. Ich bin muskelbepackt. Okay, das reicht. Ist mein Panzer auch vermuskelt? Das sieht so aus wie Adern auf meinem Panzer oben. Der Muskelpanzer. Ja, das schindet Eindruck, ne? Das schindet Eindruck. Man kennt es. Du hast ein Prieverhalt. Lieber Let's Play Markus, ich halte Wache. Kein Fremder kommt an mir vorbei. Das Elfendorf ist sicher. Deine Janine. Ey, geh mal zurück nach LPM Island. Sock da fürs Rechte, Mann. Und jetzt? Nee, noch nicht. Okay. War mir nicht sicher. Ja, die trutschen, ne? Die scheinen da echt gut zu sein. Mir schmecken auch die Waldnüsse. Egoistisch bist du. Ja, ganz genau so bin ich. Und weiter geht's. Oh, ich hab gesehen, Butters und Sanya kennen sich ja gar nicht. Die kennen sich ja gar nicht. Ach, sieh an. Da gibt's ne Verbindung. Und da sind wir dann arschweit weg. Gut. Ja, das ist der letzte Level hier. Hopplos! Hopplos! Meine armen Beine. Also Samus, in Sachen Backtracking bist du doch mehr gewöhnt, oder? Mir reicht's. Dieselbe Landschaft den ganzen Tag lang. Wem fand's die Tropfen noch cool? Ähm, guck doch nach oben in den Himmel. Stimmt, das könnte klappen. Aber irgendwann hab ich sich auch genug da von dem Himmel anzustarren. Ach, keine Sorge. Bevor das passiert, wird eh der Nacken wehtun. Du bist nicht ne große Hilfe. Ja, I think so. Wie wenn man auf ne langen Auto fahrt, die Straße im Auge behält oder die vorbeiziehenden Bäume. Kennt ihr das? Ganz viele Bloings. Wenn ich als Panzer zuerst angreifen könnte, das wär ne Sache. Oh, da haben noch viele mitgetanzt. Ich darf doch. Fire my laser! Wow, da hat das Spiel sogar ein bisschen gelegt. Habt ihr gesehen? Hat sich die Switch kurz gelacht. Ups, das war jetzt noch. Ja, level up. Die Switch ganz kurz, ne? Wie alle acht Gegner werden gleichzeitig weggebumst. Es wird dunkel. Langsam Zeit zum Schlafen. Es ist zu gefährlich, wenn alle zugleich schlafen. Jemand muss aufbleiben und Wache halten. Wer soll Wache halten? Sanja, du machst es bitte. Ich übernehme die Wache. Ruh dir euch etwas aus. Ist es halt. Ich bin halt Gentleman. Die Ladies müssen Verantwortung tragen. Dein Ernst? Ich würde jetzt alleine kämpfen? Ich würde gerade sagen, dann wacht doch alle auf, bitte. Die albern. Was war denn möglich? Ich bin der Einzige. Aber ich, ey, ich muss euch mal eins sagen. Als Kind hab ich gar keinen Schlaf getraucht. Das schon mal vorab. Irgendwie war ich immer ewig lang wach und bin früh um fünf Meter aufgestanden. Oder so. So. Als Teenie hab ich schon länger gepennt so. Und auch über 20 nur länger gepennt. Das ging auch. Aber wenn ich mal nur zwei, drei Stunden Schlaf in der Nacht bekomme, war auch okay. Aber jetzt schon ein Jahr über der 30. Fast zwei Jahre über der 30. Tut es mir weh, wenn ich nur zwei, drei Stunden Schlaf in der Nacht bekomme. Da ist mein Tag gelaufen. Wirklich. Schlaf ist wichtig. Körper, sag dir, wenn du Schlaf brauchst. Aber ich sag ganz ehrlich, nicht schlafen können ist... Nein, man muss schlafen können. Ich muss schlafen können inzwischen. So, das Ding, wenn ich spät abends aufnehme oder streame, wenn ich in der Nacht nicht gut geschlafen habe, ist ja echt viel Zeit vergangen. Und das nackt eine Energie, die ich zur Verfügung habe. Heute hab ich gut ausgeschlafen. Deswegen gute Parts. Da wären wir. Äh, endlich. Tja, da ist es umso wichtiger, viel zu trinken. Stay hydrated. Weise gesprochen. In diesem Sinne, lasst uns heute noch ganz viel Wasser trinken. Prost! Ja, und morgen früh, dann ist die Toilette verstopft. Also verstopfen sind wir, weil alle drauf wollen. Belegt. Dauerhaft belegt, das muss ich sagen. Hilfe! Schnippen. Was bewirkt das Schnippen? Weil das Schnippen ist ja diesmal nicht präsent. Ist eigentlich ein Irrtum, dass das jetzt wieder mit reingenommen wurde, wa? Ähm, Leute, wo seid ihr? Nicht schon wieder. Ho, ho, ho. Das war jetzt das dritte Mal. Nicht wahr? Das muss man knicknitz lassen. Er ist konsequent. Deine neuen Freunde sind auch wieder weg. Sie sind sicher an seiner Burg. Die ist hier ganz in der Nähe. Dann brech ich sofort auf. Doch, er hat mir gar nicht... Stimmt. Deine Klasse ist diesmal erhalten geblieben. Der dunkle Fürst konnte deine Kräfte nicht wegzaubern. Spitze! Deine Reise scheint dich allgemein gestärkt zu haben. Ich bin sehr stolz auf dich. Und nun eile zum Burg des dunklen Fürsten. Let's play me. Oh! Das war eigentlich... Was hat das Schnippen bewirkt? Er hat's versucht. Okay, das kann man so stehen lassen. Er hat's versucht. Solo Adventures Returns. Aber ich glaube zum letzten Mal in dieser Form. In dieser Form sowieso. Tschüss Elfenwald. Hallo Vulkanwelt. Dann wollen wir doch mal sehen. Der Flammbergpfad. Da will man echt nicht den falschen Schritt gehen. Weil da brennt einfach der Boden so. Da brennt einfach der Boden. Jetzt sind schon wieder alle weg. Soll ich etwa ganz allein gegen den dunklen Fürsten kämpfen? Nein, nein, nein. Das kann ich nicht. Das muss ich meine entführenden Freunde wiederfinden. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Ich würde gerne eine Sache noch machen. Das wäre vielleicht angemessen. Eine Stärke ist noch da. Freundchen. Weiter macht der Bildjahrt Kugel. Diese friedliche Ruhe. Ja, ja, das sieht alles sehr friedlich aus hier. Fleisch oder Fisch? Auf jeden Fall Fleisch. Fisch ist nicht mein Ding. Außer Fischstäbchen kriege ich kaum was runter. Oder von Nordsee so ein schöner Backfisch. Aber ansonsten bin ich echt kein Fischesser. Ich kann ja niemanden treffen mit dem wilden Geballer. Das empfiehlt sich. Oder Rudi? Nee. Rudi kann auch nicht besiegt werden. Das ist auch das Ding, was ich mir so denke. Rudi kann auch nicht besiegt werden. Das ist, glaube ich, schlauer, wenn ich Dörremumie mir die anderen Wege aufspare. Kann das sein? Dann sollte ich erstmal versuchen, an Leute ranzukommen. Und dann zu backtracken. Ist das möglich? Ist das denkbar? Also die Level erstmal offen lassen. Und dann am Ende, so gut es geht, wegdönern. You know what I mean. Ja, schön, dass wir da mehr bekommen. Aber ich würde sehr gerne die Billardkugel behalten. Die ist stylischer. Unglaublich lecker. Dörremumie. Koboldschinken. Das ist ja schön, dass ich Sachen bekomme, die mir auch ermunden. Bis ich satt bin. Bis ich satt bin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das funktioniert, wo du die bekommst. Jetzt auf der Karte alle einzeln oder so. Da ist auch schon der Eingang. Hey, Doda, hör mir mal kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Ich bin's, der einzig wahre Quizfreak. Testen wir, wie gut dein Gedächtnis wirklich ist. Spielen wir eine Runde Mie-Parade. Lass uns gleich anfangen. Let's go, der Hase. Das musst du jede Menge Leute merken. Das ist nur eine Chance, antwortest du richtig. Einfach merken. Was haben wir denn da? Charlie Papyrus Vario Gino. Charlie Papyrus Vario Gino Skipper. Vario Papyrus. Charlie Vario Skipper. Charlie Papyrus. Gino kam vorbei. Ich weiß ja nicht, ob's die wollen, ne? Start für Leistung. Ach, da war alles. Ich doch dreimal. Na gut. Du hast mich glatt geschlagen. Man sieht sich. Auch wenigstens so Ausflug-Tickets oder so. Aber deine Bananen, da kannst du wirklich stecken lassen. Also ich sag ihm mal kurz Hallo. Im Bowser-Kostüm. Aber der hat ja nichts zu sagen. Im letzten Part. Upsi. Im letzten Part. Haben wir ihn ja tatsächlich benutzt? Jetzt würde ich erstmal weitergehen wollen. Hopp. Los. Muss stärker werden. Na, wann kommt der erste Kommentarschreiber, der sagt, du hast den letzten Level noch nicht. Wie gesagt, die EP. Lieber zusammengenießen. Dann geh ich nicht zu Rudi. Mann, ich sollte Wendern doch bei Rudi übernachten. Ich bin so ein Hohlkopf. Hab irgendwie nicht mehr dran gedacht. Tut mir leid. Ich hab auch noch was anderes vor. Wartet mal ab, wenn wir wieder im Gasthaus sind. Wartet mal ab. Augenblick, da liegt irgendwas. Irre. Ist ein Ding, ne? Dass ich die Bananen bekomme, ist... Also, da freu ich mich. Bananen sind gesund. Ja, doch, doch. Ist mein Obst, Obstwall Nummer eins. Tatsache. Priecht den Gelächter aus. Auswahl unmöglich. Zurecht. Zurecht. Zurecht, ne? Kann man nur noch lachen hier. Ja, auch wieder ein Gebiet, wo man leider nicht sieht, wie weit man gekommen ist, oder? Es wird hier nicht dunkler im Flambergpfad. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ein Gegner noch. Hier scheint es keine Abzweigungen zu geben. Vernehmt. 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 Oh, der tausendste Gegner. Schmuse Wange. Halt MP. Komm, Rudi. Wir machen zusammen den tausendsten Gegnerblatt. Down! Vierstellig. Jawohl. Mehr als vierstellig schaffen wir nicht. Also fünfstellig kriegen wir nicht hin. Wie viel dazu? Können wir jetzt die Klassen wechseln? Nee, das hatte nicht mit der tausend zu tun, sondern... Das sind wieder nur Streuer, ne? AP-Streuer. MP-Streuer. Ja, das war große Klasse. Weiter geht's. Bei tausend und fünfzig. Der macht sich nichts aus Zahlen, ne? Das ist ja ganz klar. Der ist wie Gronkh mit seinem Minecraft-Let's-Play. Da kommt eben nach der 999, die 999,1. 999,2. Und so weiter. Ich weiß nicht, wie der Knochen-Kekst schmeckt. Jetzt weiß ich. Okay. Alla. Das war ein kurzer Ausflug. Jetzt sind wir schon drin. Ist ja ein Ding, du. Ist ja ein Ding, du. Ne, was ist das? Oh! Mensch, ich kenne euch drei doch. Magier Sands. Du bist das. Ach, Crash. Ich bin froh, dich hier zu treffen. Diese drei da sind Freunde von dir. Ja. Ja. Die sind rumgeirrt wie, nun ja, gesichtslose Hühner. Erstens habe ich sie hier in Sicherheit gebracht. Ihre Gesichter sind gewiss noch in der Nähe. Bist du bereit für eine Rettungsmission? Ja, das bin ich. Exzellent. Dann erlaube mir, bei dieser Mission mitzuwirken. Der große, weise Crash hat sich dir angeschlossen. Ja, danke, Mann. Ey, ey, Leute. Ich komme, ne? Sanja, keine Bange. Achso, ich kann bei allen jetzt nur die Position bestimmen. Dann machen wir doch klatsch. Walter! Walt! Haltet hoch! Du hast schon Schlimmeres erlebt. Wanna have a bad day? Das ist ziemlich weit weg. Gut. Ihr Lieben. Dann mal den Salat. Eine Sache wollte ich ganz gern noch. Wo mache ich das eigentlich? Wo mache ich das denn? Rudi! Wird mal wieder Zeit für einen neuen Tapeten wechseln, ne? Da wird mal wieder Zeit. Und zwar... So ein Let's Play Markus Rot. Ein bisschen dezenter darf es schon sein. Weil das richtig schön im Auge wehtut. Oder hell. Ja, nehmen wir dette. Blässe-Farbe. Was ist denn Blässe-Farbe? Ach da. Alter, so ein schwarzes, äh, Blässe. Ist ja ganz cool. Nase. Tach, ihr Nasenbären. Ich würde am liebsten ein richtig kaputtes Pferd machen, ne? Den Hauch von Stil soll es noch bewahren. Nehmen wir so ein Dunkelrot. Das passt dann auch zur Welt, ne? Weil ich hier auch so ein Hellrot... Ne, mach ganz weiß. Ich mag Kontraste. Die Mähne. Ui, als wäre es abgefackelt oder so. Das abgefackelte Pferd. Haarspitzenfarbe. Was, wenn man das andersrum versuchen würde? Alter, stark. Ne, ich finde das Ebenkreuz noch besser. Das ist cool. Haarspitzenfarbe. Vielleicht nenne ich noch ein bisschen Akzent ans damalige Grün. Ja, ein bisschen. Das finde ich super. Der Schweif. Da müssen wir auch mal wieder was machen, ne? Schweiffarbe, Haarspitzenfarbe. Das kann man auch so wunderbar. Das ist mir gar nicht klar gewesen. Ich entdecke neue Welten. Vielleicht kann man hier das Blau nochmal einbinden. Ein bisschen. Wunderbar. Augen. Richtiges cursed Geisterpferd. Der ist ja richtig cursed. Toll. Der Sattel. Ich will ja ein bisschen die weibliche Seite betonen. Haben wir noch irgendwas? Und die Hörner können wir jetzt natürlich nicht grün lassen, wenn dieser Akzent schon herrscht. Das heißt... Nein. Nein, 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 nein. Nee. Grün, nicht blau. Rot. Schwierig. Orange. Richtig fruchtig. Wobei, das nimmt diese Gefährlichkeit wieder raus. So gefährlich aussehen, mein Bub. Vielleicht würde ich noch mal Zeit für andere hören. Dann machen wir das mal so. Hornung. Das ist auch ein Doppelhorn. Na gut, wir wechseln mal die Hornart. Hörner. Er hat sich weiterentwickelt, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ne, ich mag die anderen Hörner doch irgendwie lieber. Ich weiß es nicht. Warum? Ich bin sogar dafür bereit, die Abwechslung sausen zu lassen. Für die Hörner. Ja, wenn euch so ein Pferd nachts begegnen würde, würdet ihr auch erst mal blöd gucken. Ich sag's euch, wie es ist. Mir bin ich sicher. Naja, dann machst du Spaß. Rudi! Geht's dir gut? Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja. Ja, wollte ich die ganze Zeit schon mehr Abwechslung bieten. Der große weiße Crash kommt jetzt mal gefälligst mit. Hopp, los! Mal sehen, was der so kann. Ah, von nun an kämpfe ich an deiner Seite. Oh, was für eine Erleichterung. Aber ich werde nicht meine ganze Kraft einsetzen. Och, wieso nicht? Damit du auch noch was lernst. Du musst über dich hinauswachsen und noch stärker werden. Keine Rolle ist es nun dabei, über dich zu wachen. Aha. Auf Reisen zählt nur eins. Freundschaft. Ja. Aber nicht zum großen Weisen. Da kann man die Freundschaft nicht variieren oder kalibrieren. Schnauben wir die Eulen an. Wunderbares Pferdchen. Der gefällt mir immer besser, der Dude. Sieht aus, dass wir hier was vergraben. Los geht's. Gold. Und 78, Alter. Du kannst also... 78 Gold. Mein Kleinvieh macht auch Mist, aber... Nee, hörst du Mist vom Kleinvieh liegen. Ist das so. Das lohnt sich ja nicht mal zu bücken. Das lohnt sich ja nicht mal zu bücken. Crash, jetzt zeig doch was. Warte, ich helfe dir. Blitz. Also unabhängig davon, ob euch das Pferd jetzt besser oder schlechter gefällt, ist Abwechslung drinnen. Das kann man nicht übel nehmen. Das finde ich eigentlich cool. Ich finde diese weißen Augen auch unerwartet cool. Das muss ich gestehen. Level 21 mit Rudi. Eigentlich würde ich es ungern alles alleine verfuttern. Auf jeden Fall das, was mir nicht schmeckt. Werde ich nicht mitnehmen. Werde ich nicht verbraten. So, scheinbar, jetzt hätten wir noch einen langen Weg vor uns. Könnt ihr euch denken, wie das Spiel ab jetzt läuft, ne? Könnt ihr euch denken. Ja, geh ich jetzt mal diesen Weg. Ein Partner nach dem anderen wird gehörnend von uns geraddet. Hm. Crash. Was gibt's denn? Wieso wirst du eigentlich der große Weise genannt? Oh, eine gute Frage. Ich streife schon sehr lange als einfacher Magier durchs Land. Auf meinen Reisen habe ich den Leuten dieser Welt vieles beigebracht. So kam es, dass bei mir mit der Zeit allerlei Namen gab. Der große Weise. Der weise Große. Eure Großweisigkeit. Also war es eben. Ehrlich gesagt, war mir das immer ein bisschen peinlich. Verstehe. Du bist echt cool, Crash. Ach nein, das ist mir jetzt auch peinlich. Ja, stimmt doch, dass er schon seit vieler... Also seit vielen Jahren, seit langer Zeit durch die Lande streift. Dann soll mal einer bezweifeln hier. Das ist korrekt. Wer war noch mal die drei? Sania. Sands. Und Heisenberg. Ja. Ach Gott, wie gesagt, wir machen die Abzweigung erst, wenn wir richtige Teams haben, mit denen ich leveln will. Ich glaube, dann mache ich da noch eine riesen Mega-Offscreen-Session daraus. Oder was ist Offscreen, ne? Euch reinschneiden, sollte irgendwas passieren, was sehenswert ist. Weil die Abzweigung werde ich irgendwann nachholen, wenn das Team wieder beisammen ist. Da jetzt alleine rumzulaufen oder wenn ich einen gerettet habe, nö. Es ist nicht so, dass ich sage, so, boah, kein Bock, so. Sondern es geht mir einfach nur darum, ich will EP nicht verschwenden, die man haben könnte. Und ja, hier gibt es auch wieder eine Abzweigung, ne? Da tun wir alles nach, 100%. Einmal mehr. Ich bin halt nur schon schlauer geworden als Anno dann nochmals. Ich schmecke gar nichts. Ja, dann kriegst du auch nichts. Ganz einfache Thematik. Dann kriegst du nichts. Körst Rudi, der große Weiser. Und der Panzer machen sich auf den Weg. Ich weiß aber nicht, was dieser Minotaurus da macht. Ich werde zu gegebener Zeit mal rausfinden. Raschel, raschel, da ist was im hohen Gras. Was mag das sein? Ich gucke immer nach. War eine kleine Mietzekatze. Mietz, Mietz, Mietz. Ich werde Crash zeigen, was ich drauf habe. War das schon ein Face? Ja. Mensch, Walt. Magma-Heisenberg-Schleim. Magma-Heisenberg-Schleim. Gut. Dann wollen wir doch mal. Waaah. Das soll die mehrmals treffen. Warte, ich helfe dir. Blitz. Naja, ist albern, aber immer das Spiel in Grund genannt, warum er in großer Weise nicht sehr viel stärker ist als wir selbst. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Blitz. Wirklicherweise kam das gar nicht so überraschend. So, ihr könnt euch denken. Warte, komm. Was, wenn nicht? Hottehüh! Der Schütz wird geladen. Wenn das nicht farblich passt. Let's go! Biss missplatt, ne? Operation erfolgreich. Habt Dank. Jo hey. Aber der Weg scheint weiterzugehen, Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Das geht dann einfach nur zu einer Truhe, wa? Schleimgelee, zwei Stellen. Das Gesicht von Heisenberg ist weg. Ja, es ist Richtung Port Grotto geflogen. Ob wir Heisenberg geholfen haben? Wahrscheinlich. Auf nach Port Grotto, um es rauszufinden. Naja, das ist die Höhle, wo wir den Crash gefunden haben, wa? Zum Moment dachte ich, was, woanders hingeflogen? Ja, nie. Ja, nee. Ja, nee, einfach. Rostpanzer. Ja, ich habe lang genug mein Sixpack. Meine ominösen Muskeln für... Okay, nein. Ich muss mir meine ominösen Muskeln noch ein bisschen länger anschauen. Hast du jetzt irgendwas, was dir besagt? Schleimgelee, na denn. Dann sollst du es bekommen. Aber jetzt wird es ein bisschen schneller laufen dadurch, dass ich nicht alle Abzweigungen mache. Das freut mich ein kleines bisschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, okay, okay. Port Grotto. Ach, das wird schneller gehen, als wir gucken können. Ich sag's euch. Das wird wunderbar. Er regt sich am meisten auf. Ihm wurde am schnellsten geholfen. Und klatsch. Passt. Hm. Nun, hm. Ach, mein Gesicht, es ist wieder da. Ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich bin bereit zum Kampf. Ziehen wir in die Schlacht, let's play, Markus. Das erste Gesicht ist zurückgehobert. Und wir waren keinen Augenblick zu früh. Rechnen wir auf. Heisenberg hat sich dir angeschlossen. Ja, so will ich das sehen. Auch im nächsten Part, wenn wir... Oh. Naja. Dann machen wir jetzt nochmal Speedo-Variante und sahen das bisschen Geld ab, was wir hierfür bekommen. Der Impuls. Ich hab dich ein bisschen vermisst. Warte, ich helfe. Blitz. Das wollte er uns nicht erzählen, was hier so los ist. Was vor sich geht. Gut. Äh, ja. Da suchen wir die anderen beiden im nächsten Part nicht. Also nicht verpassen. Like da lassen. Danke fürs Anschauen. Bis dann und ciao.